hallo und herzlich willkommen zurück zu grounded ich bin gerade auf dem rückweg und da oben ich kam da nicht mehr auf die plattform irgendwie ging das jetzt nicht mehr muss ich mir was anderes einfallen lassen muss ich wohl wieder hier ja mich hochbauen wo warte wenn ich doch schon mal ein paar handschuhe bin nehme ich doch gleich ein bisschen fussel mit nein das ist schon wieder runter gepurzelt ich will aber jetzt jetzt nicht ja unter und sucht den das auch runter gepurzelt an den leider nicht sehen aber hier gibt es auch noch so diesen steinen in diesen nahe und block stein ja dann block steine komme ich denn darauf und dies decken sich ja mann doch irgendwo sehen hier 26 obwohl 30 geht ja sowieso bei mir ne okay ja brauche ich das ding unbedingt nee aber ja da hinten wir noch ein stein ich lasse den stein mal stein sein und dann da hinten wieder links und hier ging es doch irgendwo gleich wieder raus ist das eine sackgasse wird mich das im kreis ja es führt mich im kreis nervt das lang vielleicht ja hier kommen wir kommen wir nicht raus ein endloses jump and run vielleicht aber das tue ich mir nicht an okay ich wollte noch was ich brauche noch salz auf jeden fall ein bisschen scharf haben wir ein bisschen minze haben wir dann halt noch ein bisschen salz hier bin ich doch jetzt schon dreimal vorbeigekommen mit nix werden stauben oder die gehen aber schnell kaputt mit dem ding hier und dass man nicht genervt wird man stelle sich vor diese waffe ist auf höchster priorität wer wer schießt ach du ach nee kein bock nicht den geringsten ich bin hier raus da ist schon wieder die röhre also bin ich hier ja schon wieder falsch ich wollte raus ja ich weiß hier kommt man raus da ist der düngersack mit dem katana ja aber leider nicht die richtige rüstung mit hat der ostige speer ich muss sagen doch pokurosa der gefällt wo ist meine seilbahn also den ansatz von einer seilbahn und ich doch hier irgendwo hingestellt hinten glaube ich das gute ist wenn ich die jetzt abbaue ich kriege ja alle materialien wieder zurück könnte die dann schnell wieder umbauen die seile müsste ich auch wieder komplett zurück bekommen falls es denn nicht passt ja manchmal ist ja was im weg um die seilbahn zu bauen und dann müsste ich die umstellen was ja nicht geht wenn man so abbaut bekommt man nur die die hälfte wieder zurück also eine scherze die hier oben hingebaut hat und da da steht sie da steht sie einfach mal so ne 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 die ist ton hier sind stängel und ich glaube nämlich auch dass ich hier oben schon mal angst angefangen habe eine zu bauen sicher bin ich nicht aber hier könnte man vielleicht baue ich auch gar nicht um wasser sondern hier auch mal meine burg hier hin denn man kann ja jetzt mit der seilbahn hoch und runter fahren ok also unser ankerpunkt ist da ok also unser ankerpunkt ist da ok dann würde das hier ja schon mal funktionieren wo sind wir jetzt oh wir sind schon ich glaube in einer gefährlichen position so ich würde ihn jetzt mal dahin machen also ein ankerpunkt hier hin also so ein ding ist ne so eine seilrutsche sei rutsche sei rutsche sei rutsche sei rutsche ist ja wer das gedacht ganz hinten so eine seil kann ich rein machen so sechs unkraut stänge das sollte das ding sein oh ja und vier ton gibt es hier bestimmt auch irgendwo ich traue dieser neuen welt nicht steckt ein bein im boden aber kein ton ist das denn hast samen ich habe gras samen entdeckt doch immerhin auch da war ton nicht hier noch mehr gras so wie ich die vorher nicht entdeckt so hier ist wasser also warum ist hier kein ton was aber kein ton ja die dinge mit weg ja ja ich bin ja schon weg krass samen kann man denn damit bauen wir werden es dann sehen so ich muss erstmal hier unten durchlaufen ja oder macht mich nicht wütend ich habe nämlich jetzt die ideale waffe da könnt ihr gar nichts gegen machen ok ok ja dann und komme ich hier auch wieder hoch das muss ich mal testen nein 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 ich werde ja nicht da irgendwo hängen bleiben aber gerade so ok so wenn ich jetzt hier hoch will ja geht nicht dann geben wir unsere sachen mal vielleicht beim bürgel ab vielleicht kann man ja warte mal der gras samen aber den muss ich gar nicht analysieren ist das denn für ultra doofer was bekomme ich denn ja was bekomme ich denn dazu davon daher wir kommen wir kommen wir stellen schleifsteine oder beschichtungen her wie oft noch sich das nicht alles schon gemacht erst analysieren wie ich das heute wieder vergessen habe ausgestopfter termitenkönig aber das hatte ich doch vorher schon ok fehlt er noch level 15 fehlt noch da fehlen jetzt noch zehn punkte nur was das ein rapier hier ja 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 so irgendwie 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 wie ein hilfsschips finde den bürgelschip hinein in den wald das habe ich gemacht holzhofen mhm zwei aufträge holzbrettklippe ach so heißt das ding rüsselkäferschild ja das kann ich auch so zähnchen zwei stück mit zwei stück kann ich gar nichts anfangen ja so dann fehlt noch ein bisschen was damit maximale ausdauer habe ich erreicht ja so gleich maximale gesundheit aber da fehlen wir noch ein paar zähnchen ok so weit so gut ich wollte gucken was ich jetzt bauen kann hier nicht äh kann ich doch bestimmt hier gucken herstellen so da ist nix bei rausgekommen nur der termitenkönig und der ausgestopfte termitenkönig und hier habe ich doch jetzt diesen Samen bekommen für was brauchen wir denn den Samen den Samen den Samen den Samen da Gras Samen Grundsamen zum Pflanzen von Gras Hä? Hä? ähm dann stelle ich mal Schleifsteine oder Beschichtungen her das ist ja jetzt nicht so toll noch was zum Essen mit ne ich glaube nicht ne 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 immer noch platz einen ja ne scrollen macht ja das nicht so wie wäre es mit so einem rüsselkäfer 1 2 3 4 5 6 7 das kann ich essen aber jetzt direkt jetzt aber nicht lange so wird hier eigentlich aufgezeigt was machst du denn da wird hier aufgezeigt bei garten zeugs und 2 von 3 nutzerhandbuch was fehlt denn hier noch 2 von 3 sind voll aber hier fehlt noch was ne siehtkarte vergrößerungszelle worte rasen eins fehlt mir noch am rasen was fehlt mir dann am rasen teich fehlt mir auch eins müllhaufen habe ich alles sandkasten ja 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 ne wollte ich nicht äh ominent was das ah ok wendel fehlt auch noch was ne irgendwie wird mir nicht angezeigt welche die dinger das medaillen oder so welche von denen habe ich na also man so wird so baut man den burg nicht anders hat zeit gegeben so ist sortieren sehr schmieren damit in sachen tun ja da müssen noch andere dass das das ja gute termiten oje ich nehme mir mal die pollen raus und den termiten könig dann habe ich hier fusseln für sich wo sie wussten und seiten soll ich habe keine seite mehr ich probe seile problem ist alles kein problem wo waren die da staubmelben mhm wird hier gehört doch gar nicht da hinein sondern da ok und das ist ja ein amulett amulette schon die amulette mhm und dahin wieviel von denen gibt es denn eigentlich ist das jemand da ich hänge mal hier brüderchen auf so dann ne pilz habe ich keine mehr die dinger drehen da pilzziegel bauen so er ist auch noch nicht analysiert ja das mache ich dann irgendwann mal obwohl die zehn punkte könnte ich gebrauchen mache ich mache ich mache ich mache ich ganz schnell nein die sieben sieben bleibt jetzt eins ist die hauptwaffe vielleicht soll ich das mal ändern ok mhm die sieben kommt auf die eins und du kommst da hinten hin alt ähm ich wollte da noch gucken was ist mit dem rostigen speer wenn ich den da reinpacke fünf mächtige klumpen kann ich welche machen ähm mächtige klumpen ich kann machen ja ich könnte fünf machen ähm aber ich könnte den auch auf frisch machen ne fünf minzige batzen was bräuchte dazu fünf minzige batzen ja dasselbe im grün ne ja ich mach das mal so denn ich glaube zumindestens mal waren das die warte nein äh warte hier wo ist die wo ist diese komische Larve diese 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 äh wo ist er denn Ameisenlöwe Soldatentermite Kugelkäfer warum fände ich die jetzt nicht diese blöde doofe Larve hä Stichmücke Asserspinne Wolfspinne Bombardierkäfer Hartnetzspinne wo sind die denn ach da Kugelkäferlarve Stechen und frisch ich mache doch frisch ne mache frisch minzig minzig ist frisch jo ok gut dann bedanke ich mich fürs zuschauen wir sehen uns dann morgen gehabt euch gut und tschüss